So Freunde, herzlich willkommen zu diesem Tuning-Treffen. Das ist ein ganz besonderes Tuning-Treffen, denn es ist das allererste Go-Kart-Tuning-Treffen in GTA 5 Online. Heute Morgen kam das Go-Kart und zwar diese ganzen Fahrzeuge, die hier stehen, gratis in Spielen zu. Jeder kann sich das gratis bei San Andreas abholen. Und das haben wir gemacht und jetzt machen wir damit ein Tuning-Treffen. Das hier sind alle Teilnehmer. Herzlich willkommen, wie gesagt, bitte stellt euch jetzt vor euer Go-Kart. Jeder vor sein eigenes Fahrzeug, nicht vor andere Fahrzeuge. Und dort bitte stehen bleiben, damit wir uns die ganzen Fahrzeuge einmal kurz anschauen können. Let's go! So, wir fangen an beim allerersten Go-Kart. Hier ist es halt leider ein bisschen dunkel. Wir gehen die ganzen einfach nur ganz schnell mal durch. Wir haben hier auf jeden Fall ein rot-schwarzes, wenn ich richtig sehe. Dann haben wir das nächste... Was ist denn das für eine Farbe? Man kann es ja wirklich hier in der Ecke sehr, sehr schlecht erkennen. Es könnte Gold sein, es könnte aber auch irgendwie dunkel sein, Orange, Chrom, keine Ahnung. Schlecht zu erkennen. Genauso hier, das ist echt ein bisschen blöd. Man hätte es eigentlich draußen machen müssen, aber dann gibt es wieder die übelsten Eskalationen. Der Kollege freut sich auf jeden Fall sehr über seinen Go-Kart. Das sieht man ihm nicht an. Ich glaube, das ist ein bisschen rot. Ja, das ist rot. Oh, wir hätten ein blaues von Luke LP. Wir hätten... Was ist denn das für eine Farbe? Ist das irgendwas mit Chrom? Chrom-Terkis kann es sein. Das gerade eben war auf jeden Fall violett. Hier haben wir doch Chrom-Terkis, glaube ich. Dann haben wir ein dunkelblaues. Das Ding ist halt, die Go-Karts sehen alle eigentlich ziemlich ähnlich aus. Du kannst daran nicht... Ja, allzu viel tunen. Klar, Geschwindigkeit kannst ein bisschen was verändern. Aber sonst nicht so. Ein bisschen an der Front, an der Motor. Hier haben wir ein dunkelgrünes. Wie wir sagen, je auffälliger das Go-Kart ist, desto eher die Chance hier zu gewinnen. Oh, hier haben wir Chrom- und Crewfarbe gemischt. So sieht meins nämlich auch aus. Grüner Motor. Das ist schon mal eins, das man jetzt ziemlich gut erkennen kann. Hier wird es immer heller. Oh, hier hat man eins mit Flammen. Das müsste Gold sein. Dann haben wir wieder eins in komplett Crewgrün mit Flammen. Schönes Crew-Aufeld auch an der Stelle, Pascal. Dann hätten wir ein rotes. Okay, der hat wieder ein bisschen andere Front. Ich glaube, hier ist auch ein Perleffekt drauf. Dann haben wir ein weißes mit roten Flammen und grünem Motor. Und wir hätten meins. Meins ist Crewgrün und Chrom gemischt. Zwei, drei. Ich hoffe, hier ist Licht besser. Oh ja, hier ist Licht deutlich besser. Hier haben wir ein dunkelblaues. Dann haben wir ein schwarzes mit Crewfarbe gemischt. Okay, dann ein komplett schwarz. Ist das komplett schwarz? Ich glaube, komplett schwarz mit Flammen vorne drauf. Hier sind NPC-Wägen. Dann hätten wir, was ist denn das? Weinrot mit Crewgrün-Flammen. Hier hätten wir nochmal Crewgrün und Schwarz gemischt. Schwarz und Grün, immer eine nice Kombination. Das muss man sagen. So, hier wird es wieder sehr, sehr kritisch. Obwohl, jetzt geht es sogar. Wieder Crewgrün und Schwarz. Also Grün und Schwarz, die Kombi, kann man auf jeden Fall sagen, ist hier sehr beliebt. Dann hätten wir, oh, hier sieht man gar nichts außer die Zahl. Scheint mir, als wäre es halt einfach schwarz mit einer weißen Zahl drauf. Schöne Maske übrigens, Kollege. Dann hätten wir hier wieder ein, was ist denn das? Das ist dunkelblau mit grünen Flammen. Dann hätten wir, okay, das ist ja, das sieht irgendwie ziemlich mager aus, weil es irgendwie keine richtige Front hat. Also dieses Teil über dem Lenkrad oder wo das Lenkrad drauf ist, ist ziemlich dünn, nur so eine Stange. Ist auf jeden Fall, ich glaube, eine Mischung aus weiß und grau oder sowas. So, hier, oh, was ist denn das für ein Kollege hier? Hätten wir ein schwarz-weißes, auch mit einer Zahl vorne drauf. Dann nochmal was mit einer Zahl. Oh, das ist, das scheint mir, als wäre es Gold. Gold mit irgendeinem Perleffekt. Dann kommen wir zu dem Kollegen, der hier auch wieder am Tanzen ist. Was ist das hier? Orange, schwarz und gelb, so ein bisschen in die Richtung. Dann hätten wir wieder eine grüne Flamme, aber die Farbe ist, es ist so schwer zu erkennen hier drin. Mann, man, baut doch mal hier ein paar Lampen. Guck mal, hier sind überall Lampen in der Mitte. Aber die Seiten werden total vernachlässigt, das gibt es noch nicht. Ah, na, na. So, auf jeden Fall, ja, vielleicht ist es, was ist es, Bronze, keine Ahnung, ich kann es nicht erkennen. Dann haben wir hier, oh, wieder ein goldenes. Gold erkennt man relativ gut. Ein, nee, dunkelrotes, weinrotes mit ein bisschen schwarz gemischtener Zahl vorne drauf. Dann hätten wir nochmal ein goldenes mit einem stabilen Design. Und zu guter Letzt nochmal ein schwarzes. Wenn ich es richtig sehe, müsste ein schwarzes sein. Okay, ja, ist wie gesagt ein bisschen blöd, dass man die nicht so gut erkennen kann. Die in der Mitte auf jeden Fall schon, die außen nicht so. Ich würde sagen, jeder von euch sucht sich jetzt ein einziges von diesen ganzen Go-Karts hier drin aus. Bitte sucht euch eins raus und dann stellt euch vor dieses Go-Kart, bitte nicht vor euer eigenes. Okay, schauen wir mal. Wir haben hier vorne eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Personen bei den Orangenen. Und wir haben hier drüben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, wir haben ein bisschen mehr. Wir haben ja 13, 14. Das wäre eigentlich mein Go-Kart. Erstmal Dankeschön, dass ihr hierfür gewotet habt. Ja, ich möchte sozusagen aber nicht gewinnen. Ich will euch nicht den Sieg wegnehmen. Deswegen, wie gesagt, Dankeschön für die Wahl. Aber Glückwunsch an unseren, also eigentlichen Platz zwei, aber heutigen Gewinner. Und zwar der Kollege mit dem hier, mit dem Orangen-Schwarzen in der Go-Kart. Du hast das Ganze gewonnen, den Sieg überlasse ich dir gerne. Herzlichen Glückwunsch bitte einmal der Chat. GG rein, bitte. Und dann würde ich sagen, ja, war es das mit dem Tuning-Treffen. Und wir gucken jetzt noch mal ganz kurz, wer der der schnellste Go-Kart hat, beziehungsweise wir machen ein kleines Go-Kart-Rennen am Flughafen. Also jeder in sein Go-Kart einsteigen und zack, zack zum Los Santos Flughafen. So, als kleine Siegerzeremonie bitte einmal alle schön die Hupe rausballern und die Reifen durchdrehen. Der Gewinner hier auch schon kräftig hier mit am Start. Kleine Zeremonie. Das hört sich doch sehr gut an. Sehr gut, an der Stelle, wie gesagt, nochmal Glückwunsch an unseren Gewinner. Du hast das Ganze gewonnen, aber jetzt, meine Freunde, müssen wir herausfinden, welches von diesen Go-Karts das schnellste ist. Beziehungsweise eigentlich ist es unnötig, weil es alles dasselbe Fahrzeug ist, aber trotzdem wollen wir jetzt ein Go-Kart-Rennen machen. Gewinner, bitte geh auf die Höhe von den anderen, bitte wieder nach hinten und dann machen wir ein Go-Kart-Rennen. So. Ihr fahrt bitte genau dann los, wenn ich auch losfahre. Und zwar ist die Strecke, ja sie startet eben hier, Grados durch, letzte Kurve rechts und dann bis hier. Dort ist das Ziel, das heißt, wie gesagt, einfach Grados durchfahren, letzte Kurve rechts und dann bis zu diesem Punkt. Wer als erster dort ist, hat das Ganze gewonnen. Ihr fahrt dann los. Wenn ich auch losfahre, wer zu früh losfährt oder nicht auf der Linie steht, der ist disqualifiziert. Achtung, aufpassen. 3, 2, 1, go. Gucken wir mal, ob es hier irgendwie kleine Unterschiede gibt. Oh. Okay, ich sehe also mein Go-Kart hat irgendwas falsch gemacht. Was habe ich denn falsch gemacht? Okay, jetzt geht's. Polizei ist ja auch mit am Start. Warum ist mein Go-Kart? Okay, mittlerweile geht's echt wieder. Aber ich dachte echt, ich lasse jetzt hier übelst nach. Aber man sieht, es sind doch Unterschiede da. Also, alle, wo hier vorne sind, sind vermutlich die Kollegen, die alle hier komplett aufgetunt haben. Oh, und ich hab, da haben sehr viel abgekürzt. Da haben einige abgekürzt, Freunde. Das zählt natürlich nicht. Ich sehe hier der Kollege, wo er gerade vor mir fährt. Das ist der erste. Hole ich noch. Ich komme immer näher. Ich komme immer näher. Okay, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zwischen dem Grün. Da kommt noch Philipp von der Seite. Der zählt auf jeden Fall nicht. Da kommt noch einer von der Seite. Ich bin auf jeden Fall gut mit dabei. Dritter, vierter Platz. Was werde ich? Ich werde vierter. Okay, auf jeden Fall haben die beiden Kollegen da vorne gewonnen. Glückwunsch, ich weiß nicht, ob du hier offiziell den richtigen Weg gefahren bist. Ansonsten war es der Grüne. Und ja, meine Freunde, das soll es mit dem Tuning-Treffen und den Go-Karts gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr auch mal bei so einem Tuning-Treffen mitmachen wollt, schaut gerne bei uns in den Livestreams vorbei. Dafür solltet ihr hier die Glock aktivieren, Freunde. Ich bin raus. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis dahin, macht's gut.